Du verarschst mich. Ihr riskiert die ganze Mission für eine geistesgestörte Faschingsklamotten? Lagt ausgerechnet der mit der Klo gelaufen, Kopp. Wir lassen keinen von uns zurück. Hoffentlich lebt Harley noch. Keine Mätzchen, Cono. Diese Leute sind gefährlich. Sie sind vor Einsatzbereit. Feuern bei drei, zwei... Was macht ihr denn da? Was? Du, wir, wir wollten dich eigentlich retten. Ihr wolltet mich retten? Und der Plan war auch recht gut. Ich kann ja wieder reingehen und ihr könnt's trotzdem machen. Das ist herablassend. Tut mir leid. Harley Quinn. Bloodsport. Sie kennen den Deal. Eine erfolgreich abgeschlossene Mission? Zehn Jahre Strafferlass. Befolgen Sie meine Befehle in irgendeiner Weise nicht. Zünde ich den Sprengsatz in Ihrem Schädel. Also das ist die berühmte Suicide Squad. L shaped them at the time. Und das ist die berühmte Suicide Squad. 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 Die Berühmte ist der Berühmte. Oder sie werden den Sprengsatz in Ihrem Schaden. schief, stirbst du. Finden wir raus, dass du uns falsche Infos gegeben hast, stirbst du. Finden wir raus, dass ihr personalisierte Nummernschilder habt, stirbst du. Was? Nein. Wenn du hustest, ohne die Hand vor den Mund zu halten. Ali, das heißt nicht, dass du husten darfst, ohne die Hand vor den Mund zu halten. Wie ist der Plan? Woher soll ich das essen? Du bist der Anführer. Du musst Entscheidungen treffen. Dann entscheide ich, dass du einen Riesensack Schwänze essen musst. Wenn der ganze Strand mit Schwänzen bedeckt wäre und ich für die Freiheit jeden Schwanz essen müsste, bis der Strand sauber ist, würde ich sagen. Null problemo. Warum sollte jemand Penisse auf den ganzen Strand verteilen? Wer weiß, warum verrückt etwas tun. Das ist selbst noch. Naja, ist irgendwie unser Ding. Keine Sorge, ich bring dich hier lebend raus. Ich bringe dich hier lebend raus. Oh mein Gott! Scheiße, wir haben ein verdammtes Kreinschuh hier drin. Ich liebe den Regen. Es ist, als würden lauter Engelchen auf uns abspritzen.